Hallo und Willkommen zurück zu AXOR EVOLVED mit dem Korti LP Hallöchen Popöchen Ich töte Fische Das war mal ne Ansage direkt mit Schlagzeug Und ich war nicht dabei, nein Na wenn du da hintenrum sprintest Oh, was ist denn das? Hä? Achso, ein Fisch Das war ein Fisch Hier ist wieder Dünger fertig, sehr schön Wie schnell damit so ein Trikeplatt down war Mal schauen, dass Junge Habe ich auch Oh verdammt, jetzt habe ich keine Moni mehr Warst du mit dem Gewehr unterwegs? Ja Geil Ich habe in kurzer Zeit einen Trike getötet Ach, das sind Betäubungspfeile Und ich wundere mich gerade, warum der nicht stirbt So, Dünger Gott stirbt doch einfach, ich brauche EP Ich hasse feige Divas Hä? Was geht da draußen ab? Weiß ich nicht Alter, man sieht Alter, man sieht Von drinnen die Die Schwanzflosse von unseren Haien Hm Weil der halt so mit dem Kopf nach unten guckt Oh 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 Der hat seine Brüder mitgebracht Dimetrodon Ah ja, der ist relativ dünn Da ist nochmal 106 107 Oh, hier kann ich auf jeden Fall Dünger nachpacken Dort Aber der sieht cool aus Ja, ich weiß, dass er Durst hat Ja, ich weiß, dass er Durst hat Zum Glück haben wir hier einen Wasserhahn Hilfe Ich sehe schon wieder Insekten Das ist nie gut Was? Ich gehe jetzt mal zum Sumpfgebiet Was? Ja Ich stimm meine AK in die Hand Wobei, weiß ich Naja, sieht gar nicht aus wie eine AK Ich seh dich, ich seh dich Ich bin auf der anderen Seite vom Fluss Ja, ich hoffe, dass ich hier dieses komische Zitronenzeug Gras finde Mein Gott, du blödes fettes Pferd, ey Schieß dich gleich um Oh nein, schon wieder Fische Äh, gibt's das nicht? Vielleicht hier bei diesem Schilf? Ja, wo bist du denn schon wieder hin? Ah, da Kartoffelsaat, ja toll Das gibt's bei diesem Schilf, aber Komm schon Gib's mir Ich weiß das Wie gesagt, hier irgendwo Habe ich mal die Plant BCSX auch rausgeholt Ich weiß jetzt nicht, ob das bei denen war Ne, das war bei denen hier Seltene Blume Seltene Blume Seltene Blume Ich hab schon wieder so viele Beeren Oh, was? Ich will doch nur Seltene Blume Ey, da komm ich nicht hoch verdammt Was machst du? Ich wollt mal hier auf den Stein, um zu gucken Und damit Hallo Deutschland 2000 TV Oh Was bist du denn? Oh, wie Raptor Äh, kämpfst du grad? Nein Warum? Alles klar, ich seh's Geht an mich Warte Aber kein Problem Ich eile Ich höre Kampfmusik Nein, oh, das Ding hat mich vernichtet Äh, vernichtet, vergiftet Aber wo bist du dann? Ja genau Ach, da hinten ist er Und die scheißen Säckchen, Alter Was hast du einen Dino getötet? Hä? Die zu treffen ist echt ne Kunst Jaja, auf jeden Fall Äh, ey Ist hier PvP eigentlich an? Ich glaube nicht Ich hoffe nicht Guck mal wie viel Pfeile schon in dem Vieh stecken, Alter Ich wurde vergiftet Hä? Jetzt Alter Die Übersetzung ist auch wieder toll Du killet Mega Neura irgendwas, ne? Muss sagen, ähm Was kam da grad rausgeflogen? Dass es nichts bringt Eigentlich dieses Gewehr, wenn du nur 12 Schuss hast Ja, du, wir brauchen dafür noch ein bisschen Kohle Kohle, Kohle, Kohle Hä? Oh, ein bisschen Fleisch da raus Oh, da ist der Nächste Ey, ich glaube ich nehme auch den Speer Da kommst du doch viel besser mit klar als mit allem anderen Bei Dilos definitiv Und bei allem kleinste Was ist dann jetzt schon wieder? Ich wurde... Ey, oh, du killet, äh, mega Neura So heißen die Viecher Boah, schon wieder Kampfmusik Ja, weil die wieder so ein scheiß Wespe ist Boah, im Flug getötet Aber wie? Ich weiß, die sind immer am fliegen, aber... Elo Drecksvieh Boah, guck mal was hier vom Baum runter hängt Ähm, du dehydrierst Nein Hab ich auch noch nicht gesehen Ja, das ist an der... Oh nein Boah, was ist denn hier los? Ja Boah, wie viele? Hi Mario Fans Tro hat was gemacht? OLPD? Sagt mir nichts Ne, du die Insekten Wenn ich sie gerade schon mal sehe Die können wir auch looten Jaja, ich habe jetzt auch gerade gemacht Gesundheit Entschuldigung Wollte ich dir gerade sagen, aber... Gesundheit Hä? Achso, ich habe Hunger Ne, ich bin mitten in der Aufnahme Da kann ich schlecht zu... Achso Alter, wie viel Frist Wie viel isst du dann? Ja, ich habe Dus mit Hunger verwechselt Aber ich kann auch mal was essen, wo du es sagst Scheiße, jetzt habe ich nichts mehr Ich hatte ja nur was dabei Ach du je Armada Oh Ja, stimmt Hey, level up Drecksviecher Was wollte ich gehen? Ähm, Sauerstoff wollten wir noch Ja Wo bist du dann schon wieder hin? Da Ja Aber ich sehe jetzt auch nichts anderes an Pflanzen, wo das drin sein könnte Ne Oder warte mal, da ist so besonders grünes Gras Hm Ist das extra saftig Ach ne, das ist das Zeug Ja, alles klar Leider nicht Aber ich probiere trotzdem mal Willst du wirklich weitergehen? Siehst du diese ganzen Insekten? Vorsicht, da kommt von dir... Bei dir kommt... Ja Was? Wo dir? Ach, Kano Ne, Sarko Ah, tot Insekten Hä? Oh nein Jetzt haben wir einen ganzen Schwarm hinter uns, oder? Ja Aber für das Chitin ist es gar nicht so verkehrt Weißt du was das Schlimmste an den Viechern ist? Du findest die Leichen ja manchmal gar nicht, weil die so klein sind Ja, bei denen geht es aber noch, die fallen ziemlich gut auf Was ist das denn? Achso Und die Morpho Boah, ich bin vergiftet Ne, nur blind Ähm, mir geht es gut und selbst Alter Ja Die Viecher haben dich irgendwie... Warum? Alter, der hat seine Brüder mitgebracht Ja Nein, mein Helm ist kaputt Boah Nicht schon wieder Alter Das sind jetzt vier, oder was? Kann das sein? Äh, ich hab den Überblick verloren Ja, ich ja auch Boah, die triffst du aber auch so nicht, ey Ich nehme jetzt den Bogen Noch einer ist tot Ich hoffe mal, das sind jetzt nicht... Wir werden jetzt nicht... Du tötest einer, zwei kommen neu, oder wie? So kommst du mir grad vor, ja Boah, den hab ich aber nice geholt, alter Schöner Schuss, schöner Schuss Und mein Helm ist schon wieder im Arsch Ich geh zurück Und ich dürfe drüber schon wieder, warum wär das denn schon wieder? Ja, ich auch Und viel Energie hab ich auch nicht mehr Oh man Oh man Soviel zum Thema Wir brauchen eine neue Rüstung Brauchen wir auch definitiv Riot Ja, zu folgen Ne? Ja, ich komm damit zurück Also hier gab es das Gras nicht Ah, den nehm ich noch mit hier Bisschen Haut und Fleisch Open da da Oder das ist, äh, im tiefen Dschungel drin zu finden Hm Weißt du, durch die Regenwald Gedöns Gedöns Hey, warte mal Das war glaub ich hier Aber da muss ich sagen, mir geht's genauso Ja, ach, hier ist auch nochmal Metallbahn und ein paar Kristallen und noch mehr Obsidien Hier, du In der Werkbank wär auch noch Obsidian gewesen, ne? Jo, nice Nur so als Info Fette Schlange Oh, hohes Filet Ganz schnell in den Ofen packen Reparieren Oder auf den Grill besser gesagt Lass es brutzeln Oh, jetzt hab ich genau jetzt in dem Moment hab ich gerade richtig Bock auf Grillen Ich krieg schon wieder Bock auf Dinecraft Ha Ne? Ist hier noch ne Picke drin Ne Pike Hast du kein Speer mehr? Doch Ist hier noch einer drin? Na egal Soll mal recht sein Belegst du hier schon alles? Joa Ordentlich Dann schmeiß ich den Glück dran Der Ich bin der Grillmaster Ich bin der Grillmaster Der übrigens bald voll ist Naja, ich wollte eben bisschen Fleisch rausnehmen Oh ne, auch wieder was Zack und zack Zack Das brutzelt hier voran Bumm Äh Keine Ruhestörung hier Ah, ich hab Zitronensamen Wow Guck mal, dafür feier ich ne Party für dich Was ist denn jetzt eigentlich hier? Das frage ich mich auch gerade Ich hab voll oben hingeguckt, was ich grad so looten Ob es irgendwie da drin steht Äh Äh Ja, warte mal Muss ich nur gucken Da geht der gleich einpflanzen Apropos Pflanzen Ähm Da muss ich sowieso mal gucken Da muss ich einen mittleren Dings bauen Oh, was haben wir denn hier? Äh, da fehlt mir nur ein bisschen Stein Was hat's dir eingepflanzt? Mais Mais, ja Der braucht noch ein bisschen, bis er reif ist Aber er ist schon kräftig gewachsen Na, Co-Berries Da haben wir schon wieder 18 Stück drin Ja, die gehen richtig gut ab Ja, ist doch gut so Eigentlich können wir fast Haben wir noch Nicht noch was Dass wir vielleicht noch ein zweites Ding hinsetzen Ich mein, die Plant Species X kriegen wir eh irgendwie nie Na, zwei große hab ich ja so oder so schon hier Äh, vorrätig, ne? Ich baue jetzt gerade noch das mittlere Noch eins Oh Oh Was, oh? Oh ist nie gut Warte mal Ist das eigentlich ein mittleres Beet oder ein kleines Beet? Da kommen jetzt hier die anderen hin So Zitronensamen Weißt du, wie das Wetter morgen werden soll? Ja Das fragst du mich? Ich wohne im anderen Teil Deutschlands Ja, im groben Glaub ich, morgen soll's jetzt doch auch wieder so schön werden Ach ja, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung Holzkohle Wow 104 Metallwaren Hier ist alles durch Genau Sperr dich ein, ey Du, ich hab jetzt gerade mal 234 Metallwaren aus den Öfen geholt Krass Ja, ich hatte einiges geholt auch noch auf dem Vulkan Ich kann mich vor lauter Metallwaren nicht mehr befählen Wir haben jetzt 370 Metallwaren hier hinten Krass Und mit diesen Worten Muss ich mal wieder Sei kein Spielverderber Ach man, sagt das nicht immer Ich komme mir schon immer doof vor, dass ich immer den Spielverderber spielen muss Aber trotzdem Wie immer, schaut beim Danger vorbei Bewerten nicht vergessen Und wie immer sage ich Danke fürs Einschalten Ich hab dich wohl Ich hab dich wohl Auch drin bis dahin Tschüss